Einen schönen guten Tag. Dieses Video richtet sich an die Menschen von Fridays for Future. Ich möchte euch hier zwei Fragen stellen. Die erste Frage. Was macht ihr in einer windstillen Nacht? Beziehungsweise woher kommt der Strom in einer windstillen Nacht, wenn ihr die Kohlekraft und die Atomkraft abgeschafft habt und der Strom nur noch durch erneuerbare Energien produziert wird? Nun zur zweiten Frage. Ihr behauptet immer, dass ihr regierungskritisch seid und dass ihr gegen die Eliten vorgehen wollt. Protestiert aber für höhere Steuern. Meine Frage an euch. Wie passt das zusammen, regierungskritisch zu sein und höhere Steuern zu fordern? Beziehungsweise könnte ich die Frage noch ausweiten. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass ihr diese erhöhten Steuern zahlen dürft? Okay, das waren meine zwei Fragen. Ich würde mich freuen, wenn ich wirklich sachliche Diskussionen in den Kommentaren wiederfinden würde. Okay, schönen Tag noch.